Wer das? Hol dir die Beißen. Okay. So wie Mike Tyson. Oh, ey. Kuppe zieht heute. Na, kann ich doch gar nicht. Man hat schon gereicht, Bruder. Wen grüße ich? Die kommen ins Stream jetzt. Mach mal die Tür zu, mach die Tür zu. Sag mir, Adam, Mitty, Mitty, Mitty. Sag mir, fein Geburtstag. Ist das ein Polizeikling? Ist das ein Polizeikling? Chat? Ravka Mora kommt in diesen Stream. Ich glaube, das ist SEK-Klingel, nicht Polizeiklingel. Spaß. Chat, und selbst wenn dieser Stream mit die Polizei... Ey, wie ist dein Nachbar, dass er jetzt so geklingelt hat? Wallahua, ich will nicht. Der will den Song haben. Der will den Song haben. Kannst du dir den Song auch schicken? Ja. Okay, guck mal, das ist dann zum Beispiel Ehremann. Die haben einfach gefragt, ob Sama-Chan und Bella-Chan hier sind. Ich schwöre, das ist krass. Wer? Nein, aber Spaß. Der war nach Pablo. Und vielleicht, Polizei. Er fand das Lied auch geisteskrank schön. Also fand das Lied behindert. Und dann hat er gesagt, bisschen leiser. Wurde mir geklingelt, Alter. Ja, Mann. Hä? Aber wir haben noch ein bisschen. Wird noch was liegen? Ja. 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 Ja.